Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Mit dem ganz herzlichen Glück aufgrüße ich alle lieben Zuschauer in nah und fern aus unserem schönen Arzgebirg. Ihr habt richtig gehört, wir haben heute einen Grundsinn feiern. Der vor genau Zeitgorn, hoffe ich euch, liebe Leute, zu meiner ersten Sendung, so klingt es bei uns im Arzgebirg, im MDR eingeloten und begrüßen dürfen. Also mit der heutigen Sendung, ein kleines Jubiläum. Thomas waren sie mit dabei und heute ist diese wieder an meiner Seite, der Arzgebirgsgruppe Ern Friedersdorf. Nun könnt ihr euch denn noch an die erste Sendung erinnern, was ihr da so gesungen habt? Also Marianne, das ist schon so lange hart, das wissen wir nicht mehr. Das glaube ich euch. Also guckt mir doch einmal rein. Aus so einem Arzgebirg soll euch zum Gruß ihr Lied erklingen. Der Kopp und das Guschel, das ist aber in Ordnung und alles andere, ach, das wird schon wieder. Na, ihr singt uns nochmals noch ein Lied und ich möchte singen, lasst euch doch überraschen. Bei eurer musikalischen Frühgastspaziergang rund im Freiberg, Branderbesdorf und Öderan. Ja und was ist denn dort unter was? Ha, die Bimmelbaumusikanten aus Geising. Und wo hält man der Rast und wo ist man zu Gast, wo es Arzgebirgschi singt? Wo bei frohem Sinterklang und bei Ortsgebirgschen sang, Mannis Ruhe Lied erklingt. Wenn's dir mal traurig geht, bleib' fein etter Ham. Und erschien es Arzgebirg, ko' dir vieles gern. Trüm, lieber Ham mit Feind, bleib' dein Flackel treu. Biste net, ze weit dofu, gif' einet vorbei. Biste net, ze weit dofu, gif' einet vorbei. Und da singt a der Fink und da Zippenhaar, a der Rutschwanz macht sei Ding. Wenn der Ton auf der Zippter in de Seiden greift, geht fe alles Himmelring. Und da singt's und da klingt's und da lacht's und da schwingt's und a jeder stimmt mit A. A der Polo von der Pink trampelt mit de Füße rümm, weil er net gut singe kann. Wenn's dir mal traurig geht, bleib' fein etter Ham. Und erschien es Arzgebirg, ko' dir vieles gern. Trüm, lieber Ham mit Feind, bleib' dein Flackel treu. Biste net, ze weit dofu, gif' einet vorbei. Biste net, ze weit dofu, gif' einet vorbei. Auf meinem Wagner-Freiberg hab ich einen kleinen Umweg über Kolmnetz gemacht. Und da hab ich was Einmaliges entdeckt. Ein kleines Parkkunstwerk. Und da man, da die liebevoll gestalteten Minibike war gebaut, dann kann man hier im Straco-Land in der Schauwerkstatt beobachten und sah. Es ist Wolfgang Meistert. Glück auf, lieber Wolfgang. Glück auf. Wolfgang, wo hast du das gelernt? Ich bin ein gelernter Bergmann. Beschäftige mich seit den 80er Jahren mit der Gestaltung von bergbaulichen Sachen in Holz. Und hier könnte ich mein Hobby zum Beruf machen. Jedes Stück ist ein Unikat. Wo nimmst du die Ideen her? Das sind zwei Zeitfolgen, die man hier in Anwendung bringen kann. Das ist einmal von Arkegula, das 15. und 16. Jahrhundert. Und von Professor Heuchler, das 17. und 18. Jahrhundert. Die also wesentliche und gute Zeichnungen hinterlassen haben. Und wie ist denn das? Brauchen wir da ein besonderes Holz dazu? Ja, hier verwende ich nur Grubenholz, was also im Freiberger Raum unter Tage bereits eingebaut war und einen recht rustikalen und gebrauchten Eindruck auch vermittelt. Der Rest ist dann meine Fantasie. Ja, und die kleinen Mannen, die Bargegleit, die tust du auch salbertrackseln, schnitzen und bemollen. Und wie lange dauert es denn überhaupt, bis du so etwas fertig hast? Die erwähnten Zeichnungen geben also ein reales Bild der damaligen Kleidungsordnung und so weiter wieder. Und dort kann man also auch den Habitus der jeweiligen Bergleute abnehmen. Und hier erfolgt also die Fertigung von Anfang bis zum Ende. Musik Musik Wolfgang, jedes Stück ist ein Einzelstück und da hängt auch garantiert Herzblut dran. Fällt es dir doch nicht schwer, wenn du dich einmal von einem Stück trennen musst? Musik Natürlich hängt da viel Herzblut dran. Nach einer Fertigungsdauer von ca. 15 bis 60 Stunden ist es natürlich so, dass man dann auch viel Liebe reinsteckt, viele Ideen reinsteckt. Aber wenn man weiß, dass ein Bergwollliebhaber so ein Stück erwirbt, geht das natürlich viel leichter. Na, ich glaube dir das. Vielen Dank. Ich wünsche dir für die Zukunft noch viele schöne, gute Ideen. Und mir, liebe Zuschauer, wir machen einen auf Freiberg. Dort erwarten uns schon die Freiberger Bergsänger. Die Gungenmänner haben auf der Bergakademie Namen der Wissenschaft natürlich auch ihre gemeinsame musikalische Orte entdeckt. Freue dich frei, wenn dein Bergwald noch flimmert, himmel und draußen in deinem Revier. Siehe, wie alles bergmännisch noch schimmert, siehe die Anzahl der Leute all dir. Höre, wie überall in dir erscheint, Glück auf das Echo mit Freuden erhalt. Du bist die Krone und Zierde der Sachsen, du bist der Silberberg einzig noch hier. Dich hat der Höchste so lassen anwachsen, dass man noch immer da findet in dir. Hier reichlich Metallen in Gängen und Klüft, die man bei anderen nicht also antrifft. Andere Werkstätte, die müssen dich ehren, dich als die Hauptstadt bekennen dabei. Weil du in deinem Bezirkel des Bühren unser hochglückliches Oberamt frei. Welches, was zweifelhaft, dunkel und schwer, jedem eröffnet nach seinem Begehr. Freue dich die Nacht, du freier Berg heute, freu dich auch hinfort und rufe Glück auf. Wie dich zu dieser Zeit, deine Bergleute, fröhlich aufmunternd in verliegen Lauf. Wünsche, dass deine Bergzeichen in Fluch stehen, so stehen auch deine Stadt do. So, liebe Zuschauer, da sind wir auf dem Freiberger Obermarkt. Über 800 km SSH, das hier das erste Mal Silberarzt gefunden wurde. Und Stadtgründer, Markgraf oder der Reiche, da die heute noch jubeln, die seine freie Stadt am Barge, ist immer noch eins der schönsten Städte in ganz Deutschland. Übrigens wird hier im Alten Rathaus wieder um eine Stadtgeschichte geschrieben. Zum ersten Mal seit 800 Gern residiert hier mit Oberbürgermeisterin Dr. Uta Rentsch, nämlich eine Frau. Liebe Leute, ich müsste ein paar Stunden reden, wenn ich alle Sehenswürdigkeiten von Freiberg aufzählen will. Aber an ein paar, die wollen wir doch erinnern. Da wäre zum Beispiel der Freiberger Dom St. Marien mit der weltbekannten Silbermann-Orgel und der goldenen Pfort. Oder die Freiberger Bergakademie. Oder das älteste Stadttheater, der Wald. Na und, und, und. Liebe Leute, mein ganz persönlicher Tipp für euch. Hier am Untermarkt sei viele Häuser ganz neu gemacht worden. Na und ich bin der Meinung, auch das ist ein Sehenswürdig. Vor allen Dingen waren hier mit großer Sorgfalt die bergmännischen Traditionen gepflegt. Jedes Jahr, zum letzten Wochenende im Juni, findet hier in Freiberg das große Bergstadt fast mit Bergparade und Barggottesdienst im Dom statt. Immer mit dabei ist das Bläserensemble des Bergmusikkurs Saxonia, das uns in die Dschiene Bergmannsmelodie, wenn es gelökelt, reiht, spielt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Freiberg hat nicht nur einen Obermarkt und einen Unermarkt, sondern auch einen Buttermarkt. Und da stehe ich jetzt gemeinsam mit Andreas Schwinger, Kulturamtsleiter von Freiberg. Andreas, die Nikolai-Kirch ist in alter Pracht wieder ganz neu entstanden. Wird sie auch als Gotteshaus geweiht? Nein, das wird nicht stattfinden. Sie wurde bereits 1974, 75 von der damaligen Gemeinde an die Stadt Freiberg verkauft. Hatte dann ein unrühmliches Dasein bis 1990 als Obstlager und als Lager auch für die Kulissen des Theaters. Aber ist seit 1991 umfangreich für rund 6 Millionen Euro instand gesetzt worden. Und steht uns jetzt als Konzert- und Tagungshalle Nikolai-Kirche den Freibergern und auch den Gästen zur Verfügung. Welche Veranstaltungen sei denn da so geplant für die Zukunft? Die unterschiedlichste Art. Wir sind noch ein bisschen in der Testphase. Aber konkret im Juni finden statt die Vorstellungen des Schauspiels Jedermann von Hoffmannsthal, inszeniert vom mittelsächsischen Theater, ein Kästnerabend, Sinfoniekonzert, Konzert des Freiberger Knabenchores und als Abschluss am 30.06. die Carmena Burana von Orff. Da waren sich aber die Freiberger und ihre Gäste, unwahrscheinlich Freie über das Schiene-Konzerthaus. Und für uns, liebe Leiterklingt Itze, ist Heide Röslein in der Nikolai-Kirche, gesungen vom Freiberger Knabenchor unter der Leitung von Wolfgang Eger. Röslein, Röslein, Röslein gut! Grüß ein Lauf der Heilen. Glaub ich, Gott, ich spreche dich, Grüß ein Lauf der Heilen. Grüß ein Schlag, ich spreche dich, dass du ewig kennst an mich und ich will's nicht leiden. Grüß ein, Grüß ein, Grüß ein Lauf, Grüß ein Lauf der Heilen. Und der wilde Knabe tauscht, Grüß ein Lauf der Heilen, Grüß ein wehrte sie zu stark. Halt ihm doch ein Statistics und Star. Musst es eben leiden. Grüß ein, Grüß ein, Grüß ein Gut, Grüß ein Lauf der Heilen. Das Heide-Röslein, das hat mich wieder in die Natur, in Wald und Flur gelockt. Und im Wald habe ich mich mit meinem Namensvetter verabredet. Es ist der Revierfasster von Freiberg. Andreas Martin, ich grüße dich. Glück auf. Glück auf, Marianne. Dei Hamed ist hier das Waldrevier von Freiberg. Wie groß ist das eigentlich? Also die Stadt Freiberg hat 920 Hektar Wald. Und zu meinem Revier gehören aber 600 Hektar noch anderer Wald, Kommunalwald und Privatwald dazu. Das ist ein ganz schöner Fatzentätig. Ja, ja, da kommt noch ein Grund. Andreas, aber wir sind nicht miteinander verwandt oder verschwägert. Also ich weiß nicht, ob du eine Tochter von einem Scharfrichter bist. Ich habe einen in der Familie. Also du bist mir nicht bekannt. Nun habe ich auch gehört, du wärst mitten in der Nacht hier im Wald anzutreffen, weil das geheimnisvolle Mondholz geschlagen wird. Das musst du uns ein bisschen näher erklären. Also mitten in der Nacht war es nicht, aber es war der 11. Januar und es lag sehr, sehr viel Schnee hier. Und wir haben an diesem Tag, das ist der günstigste Einschlagstermin für Mondholz in diesem Jahr, haben wir das Holz geschlagen. Und wenn ihr euch hier umdreht, da liegt es noch. Und wir haben jetzt Anfang Mai, die Äste sind noch dran. Und die Äste haben im Laufe dieser Zeit die ganze Feuchtigkeit aus dem Holz herausgepumpt. Ja, und woran merkt man aber noch, dass das Holz was ganz Besonderes ist? Gibt es denn noch einen Trick eigentlich? Ja, also das Holz ist zur richtigen Mondphase eingeschlagen. Das hängt mit der Schwerkraft zusammen. Und durch das Herausbumpen der Äste, wir haben es vor uns gerade gemessen, die Holzfeuchte beträgt noch zwischen 25 und 28 Prozent. Dagegen ist Holz, was frisch im Sägewerk jetzt eingeschnitten wird, bei Holzfeuchten von 60 Prozent. Und das Holz, wenn es dann ordentlich gelagert wird, also nicht in die Trockenkammer kommt, sondern ordentlich auf dem Stapel liegt hier, hat es dann wirklich besondere Eigenschaften. Schwindet nicht, reißt nicht, ist also ein hochwertiges Holz. Aha, nun haben wir ja allerhand erfahren. Aber über EWOS müssen wir uns wirklich noch unterhalten, das interessierte Zuschauer. Und natürlich auch mich, nämlich über deine Schweinereien. Ja, das werde ich dir dann schon noch zeigen. Na Andreas, du hast dich ja fix im Gezungen, aber das ist ja das einen guten Grund. Denn wir alle wollen doch noch ein bisschen was über deine Schweinereien erfahren. Ja, Schweinereien mit Kettensägen mache ich. Das ist mein Hobby. Habe ich vor drei Jahren einfach mal das Werkzeug gewechselt, bin im Erzgebirge groß geworden, habe mit Schnitzmessern bis jetzt schon Sauen geschnitzt. Und nun habe ich gesagt, probierst das halt mal mit der Motorsäge. Du meine Güte. Das ist eine ganz besondere, das ist die erste Sau auf Rädern, denn die geht nächste Woche mit zu unserem Bundeswettbewerb von den Bläsergruppen. Und wir wollen als Gruppe, die vor uns als Glücksschwein auf die Bühne ziehen. Aha, na aber die sieht doch schon ganz gut aus. Ist das Schwein schon fertig? Nein, nein Marianne, jetzt geht's los. Da musst du aber bitte noch ein Stück zur Seite brechen. Na, ist gut. Ja, liebe Leute, wo die Walder heimlich rauschen, da erlaubt man so manche Überraschung. Auf der Barg, da ist heit lustig, auf der Barg, da ist heit schieb. Da scheint der Sonne am aller Asch, scheint der Ahm längst nieb. Wo der Walder hab ich rauschen, wo der Hahn so redlich blieb. Mit dran geht, ich möcht' ich tauschen, weil dort um mein Heißel steht. Das Wasser ist so klar und riesig und der Luft weht frisch und rar. Drum sei'n wir auch so schieb' wachschen, nicht so groß und nicht so klar. Wo der Walder hab ich rauschen, wo der Hahn so redlich blieb. Mit dran geht, ich möcht' ich tauschen, weil dort um mein Heißel steht. Tief im Wald, da wachsen Schwamme, schreit der Guckuck springt das Reh. Über tausend Bär und Blieb. Über tausend Bär und Bliebne, streift der Wind drum auf der Heh. Wo der Walder hab ich rauschen, wo der Hahn so redlich blieb. Mit dran geht, ich möcht' ich tauschen, weil dort um mein Heißel steht. Am Fichtzeißig drüben, da wachschen, wo der Hahn so redlich blieb. Mit dran geht, ich möcht' ich tauschen, weil dort um mein Heißel steht. Es ist so hartlich, still und friedlich, als wär' man bald am Himmel dror. Denn der Mond mit seinen Sternen lag, scheint nicht weit von uns davor. Wo der Walder hab ich rauschen, wo der Hahn so redlich blieb. Mit kann ich nicht wichtig tauschen, weil dort um mein Heißel steht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 In den Bestseller-Wertschmerzverländen des ZDF für funk, 2017 mit der Geländlerungsmehrer der Klaus Mann-Fried, 2018 mit meiner Händlerung und der Werbung und der DW-KLZ in den오ßen Und von denFi-Flern, 2018 mit der Klaus Mann-Fried, 2017 im All-Wertschmerz, 2019 mit der Gästle-Web-Pub Arz-Gebühe So hieß die Schienemelodie, die uns der Klaus Mann-Fried gespielt hat. Na, und in der schönen, frischen Meilenluft, da kann man so richtig gut und kräftig durchatmen, dass die kleinen grauen Zellen wieder auf Trab auf Vordermann gebracht werden können. Denn letztendlich Winterschlaf und Frühgarschmiedigkeit hat uns zu schaffen gemacht. Und da fällt mir doch gleich ein Gedicht von mir ein. Kommt doch mal mit und guckt in die Ecke, was man im Frühgarschmied so sieht. Die Mainzle, die lechten, nun satzen er an, die Lehrich singt auch schon ihr Lied. Der Hohlgrot erhammert, der Nusser kündigt es an, es früger ist komme, ihr Leid freut euch dran. Der Hup auf, kommt später, die Nacktengumfern sei vorbei, drum Schluss mit dein Quageln, es früger lädt euch ein. Und eins der schönsten Frühgarschmiedeln hat uns der Günther Andon geschrieben. Wenn es früger kommt und mit deinem Lied, da wollen wir auch noch einen Günther Andon, an Tolerhans Tunnel erinnern, da am 29. April 1065. du das durchhatte. Spürste nett, wie draußen Regenslüfte lieber streicht, wie sich hier und dort im Wand die Sommerflatte zeigt. Erste nette Spatz und Wandel, wie so lustig schreit. Mensch, war auch, es gibt die Frühlingszeit. Trallala, 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 tr Sonnenstrahl zum Stübelfangster heim und draußen singt der Heimheizbosch, der Winter ist so heim. Der Stabelsfall, der Torricht, der kurze Heise aus, der Harder grüßt sich Kackelin in einem Haus. Tralala, 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 Tralli, auf der Waldler Zwiebel schien. Tralala, 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 Tralli, kämpft nun aus im Zwei-Juli. Der Flögel kommt mit Flächenweiß, der Vogelsteller lacht, im Wald total sind voller Feig, den Vogelstatt leicht gemacht. Der Pulsfall steckt den Feig im Kanton, wo man lustig schnallt, ist Baden und Armand, ist so versallt. Tralala, 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 Tralli, auf der Waldler Zwiebel schien. Tralala, 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 Tralli, kämpft nun aus im Zwei-Juli. Marianne, willkommen in Branderbesdorf. Also so vornehm bin ich ja schon lange nicht vorgefahren. Vielen Dank und Glück auf, Thomas Maruschke, er ist der Museumsleiter hier in Branderbesdorf. Na und das Schieneauto hier, gehört das auch zu euren Museumsstücken? Leider nein, diese Elite-Wagen sind zwar bei uns in der Stadt produziert worden, wir haben nur einige Teile in der Ausstellung. Dieser Wagen gehört Herrn Vorsatz aus Dresden, der aber uns öfters zum jährlichen Oldtimer-Treffen besucht. Aha, also ganz ehrlich gesagt, bei Branderbesdorf hätte ich ja nicht direkt an Autos gedacht, eher an bergmännische Traditionen. Ihr habt ja auch so eine wunderschöne Bergmannstracht. Das ist richtig. Über 700 Jahre hat man hier Erze abgebaut, vor allen Dingen Silbererz. Und erst nach Einstellung des Bergbaus wurde Branderbesdorf zur Industriestadt. Aha, und wenn ihr hier Silbererz abgebaut habt, muss ja Branderbesdorf ein ganz reiches Stadtteil sein. Ja, wir hatten zwar die reichsten Lagerstätten in Sachsen. Die Grube Himmelsfürst hat alleine über 600 Tonnen Silber geliefert. Aber der Gewinn floss in die Kassen des Kurfürstens und der reichen Grubenbesitzer. Na ja, da möchte man ja fast denken, seit Thomas hat sich nicht viel geändert. Thomas, ich bedanke mich ganz herzlich, natürlich auch bei meinen netten Fahrern hier. Und nun, liebe Leute, singe uns der Heimatspiegel Tschorlau einen wunderschönen Akapella-Satz des alte Bergmannsliedes, Wenn schwarze Kittel scharen weiß. Bergmanns Blut hat frischen Mut, Glück auf, Glück auf, Glück auf. Ja, Bergmanns Blut hat frischen Mut, Glück auf, Glück auf, Glück auf. Und ehe der schwarze Kittelmann hinab zur Kugel fährt, stimmt er ein frommes Lied erst an, das seinen Herrgott ehrt. Stimmt er ein frommes Lied erst an, das seinen Herrgott ehrt. Bergmanns Blut hat frommen Mut, Glück auf, Glück auf, Glück auf. Ja, Bergmanns Blut hat frommen Mut, Glück auf, Glück auf, Glück auf. Und ist die saure Schicht vollbracht, schaut er nach Weib und Kind, sagt seinem Kamrad Gute Nacht und muss nach Haus geschwind. Sagt seinem Kamrad Gute Nacht und muss nach Haus geschwind. Bergmanns Blut hat Rieb und Mut, Glück auf, Glück auf, Glück auf. Ja, Bergmanns Blut hat Rieb und Mut, Glück auf, Glück auf, Glück auf. Was wäre der Mai ohne der Lieb? Deshalb muss auch in meine Sendung ein richtiges, echtes arzgebirgisches Liebeslied mit rein. Und eines der schönsten ist »Mei Madel vom Arzgebirg«, gesungen von der Traberer Krogusmat. Und in einer Strophe singen sie »Ich heirate im Mai, Juchhai, Juchhai, meine Madel vom Arzgebirg«. Und wie Islam so spielt und der Zufall will, wird tatsächlich geheiratet. Der Marco und der Nadine von der Krogusmat kamen sich hier in der Traberer Kirche es Ja-Wort. Der breit schau, was, mein Nadine ist Kamal-Fahr. Und es breit was, mein Marco ist bei Katzen. Reicht einander die rechte Hand? Was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Mein allerherzlichen Glückwunsch für euch, bitte. Gute Segen und viele gemeinsame schöne Gare. Vielen Dank. Danke. Na ja, und nun hätte ich ja gerne gewusst, was gibt denn nun Donau in eurer Ehe? Ne, Marianne, wir waren doch hoffend, dass wir in unserer Ehe immer einen gemeinsamen Ton treffen werden. Ha, oder? Ja. Das leh' ich doch auch so. Und wie denn, bleibt ihr bei der Traberer Krogusmat erhalten und dort mitmachen, singen und musizieren? Das auf alle Fälle. Das soll so recht schwerer gehen wie bis jetzt. Sie sind gerne noch dabei und es könnte höchstens sein, wenn sich mal Nachwuchs ankündigt, dass du meine Frau mal eine Pause machen musst, aber dann werden wir gerne wieder mitmusizieren. Ja, aber da will ich frei auf dem laufenden Gehall machen, dass ihr das nicht vergesst. Und nun, liebe Leute, soll für uns das schöne Liedl, mein Mädel, im Arztgebirg erklingen, für alle verliebten Paare im Wohnenmonat Mai. An Parkhampton, da steht der Hütter, verbittert, alt und klar, dort kam aus Sicht, links im Bedürfnis, der Stückeort besagt. Doch wie ich wunder, guck ich nett ins Tun, nein, ins Gebirg. Ich hob mir der ganze Wald, mein Mädel von Arztgebirg. Wenn wie das Frühgott zieht ins Land, wenn wach geht Schnee und Eis, du richt' ich's alte, heiße Führ und streich's so grün und weiß. Dann noch und geht's auf Standesamt, z'n Pastor in de Kirch. Denn ich heirat' in Mai, Juchhai, Juchhai, mein Mädel von Arztgebirg. Denn ich heirat' in Mai, Juchhai, Juchhai, mein Mädel von Arztgebirg. Schau dir Mädel aus dem Arztgebirg, dies sei schon recht und gut. Deshalb hob ich mir auch gleich eine kleine Runde im Schirm versammelt. Es ist die Klippelrunde von Borschtendorf. Und liebe Leute, ihr seid richtig, dort klippelt sogar ein Gungermar mit. Und die Bärbel, das ist die Seele vom Ganzen. Bärbel, seit wann klippelt ihr da gemeinsam? Seit ca. 20 Jahren. Ja, das ist eine ganz schöne Zeit. Wir treffen uns wöchentlich und da wird geschwatzt und gelacht und keinem stört das Klippelgeräusch. Das kann ich mir vorstellen, dass da was losgeht. Und wenn ich aber so guck, sitzt Gung und Alt zusammen und klippelt. Nachwuchsschauen hast du wohl keine? Oh doch, das könnte besser sein mit dem Nachwuchs. Ach, das ist natürlich schon drin. Aber warte mal, die Sendung ab, vielleicht wird es nachher besser. Wenn ich so gucke, ach, es waren ja herrliche Deckeln und Spitzen geklippelt. Wunderschön. Und das ist die Ingrid, die ist die Fachfrau für die wunderschönen Blüden. Ja, Marianne, das Blütenklappeln macht mir besonders viel Freude. Na nun, verruh uns doch einmal, wie entsteht denn so eine wunderschöne Fuchsienblüte? Die Fuchsie habe ich aus zwei Teilen geklappelt. Und die wird dann zusammengesteckt. Und noch in Form gebracht. Wunderschön. Also ich bin begeistert von diesen herrlichen Fuchsienblüten und überhaupt. Nun gibt es natürlich auch in unserem Arztgebirg ein wunderschönes Lied über die flässigen arztgebirgischen Klöpplerinnen. Und das singen uns jetzt die Mat vom Arztgebirgsensemble auch. Im Gebirg, du wirst geklippelt, schon seit ein paar Hundertgang. Bis dann nach Neiburg gearbeitet, wie das Frühjahr am Super. Neiburg. 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 geklappt hat. Ich freue mich natürlich. Und ihr seid der Adlichen von Ederhans? Na nicht ganz. Wenn ich vorstellen darf, das ist Ranius und ich bin seine Frau Etta. Und uns hat die Stadt ihren Namen zu verdanken. Ja und wie kam denn das? Ja Marianne, die Legende besagt, dass ich, der fränkische Kaufmann Sebald Ranius, mit meinem Diener hier entlang geritten bin. Ich wurde leider von den Räubern vom Schellenberg überfallen, leider auch erschlagen. Mein Diener konnte seine Haut retten. Er wurde von Mönchen aufgenommen, gesund gepflegt. Diese haben ihn in die Heimat zurückgeschickt. Im darauffolgenden Jahr ist er mit meiner Witwe, mit Eder an derselben Stelle vorbeigeritten, hat ihr das Grab gezeigt. Sie hat die Mönche, die sich hier niedergelassen haben, reichlich beschenkt. Und sie haben mir einen Gedenkstein gesetzt, auf dem in lateinischer Schrift geschrieben stand, Eder Ranius, zu deutsch die Eder dem Ranius. Und aus dieser Inschrift ist im Laufe der Zeit erst Eder Ranius und zum Schluss dann Öder Ranius geworden. Na, aber ihr seid doch nicht durch Zufall ausgerechnet dieses Jahr wieder lebendig geworden? Nein, das nicht. In diesem Jahr feiern wir zum 775. Male die Verleihung des Stadt- und Marktrechtes an Öder Ranius. Und da haben wir gedacht, dass wir vom 31.05. bis 9.06. eine ganze Woche lang kräftig feiern. Und was erwartet denn nun die Besucher nächste Woche hier in Eder Ranius? Ja, also Marianne, es ist natürlich schwer, was los. Und es ist auch sehr schwer, das jetzt alles aufzuzählen. Aber kommendes Wochenende ist das große Europatreffen der Jugendblasorchester zum Beispiel. Und am 9.06. der große Festumzug mit historischem Markt und dem abschließenden riesigen Feuerwerk. Das ist ja spitze, was die Leute erwarten tut. Und was wird aber noch fast aus euch beten? Ja, nach dem Fest wird aus Ranius wieder der Student Marco Metzler. Und aus Äder wieder die Angestellte Antje Leixenring. Da wünsche ich euch natürlich viele Gäste und vor allen Dingen schönes Wetter. Und vielleicht, liebe Leute, guckt ihr hier in Äder Ranius mal vorbei. So, und das war unsere Frühgarswanderung. Ich hoffe, euch hat unsere Jubiläumssendung ein 23. Juli. Das ist bei uns auch im Arzgebirg Sommerwanderer Zeit. Und das Motto bis dahin, das auch klingt jetzt von dem Miebner. Sing ein Lied mit uns. Und bis dahin, wie ich, mit ganz herzlichen Glück auf Ihre und Eure Marianne Martin. Sing ein Lied mit uns. Sing ein Lied mit uns. Setz dich einfach drauf. Sing ein Lied mit uns. Wir wollen lustig sein. Sing ein Lied mit uns. Lang auch so schön sein. Manch großer Stahl liegt auf umren Wegen. Zu manches Paar wird uns oft gestellt. Denn nur so liefling oftmals schon verbogen. Uns keine Stunde kriegen auf klarer Wand. Und zwar schon der Kriegerfahrer was. Drin sing ein Lied mit uns. Mach ein Lied mit uns. Sing ein Lied mit uns. Setz dich einfach drauf. Sing ein Lied mit uns. Wir wollen lustig sein. Sing ein Lied mit uns. Lang auch so schön sein. Sing ein Lied mit uns. Mach ein Lied mit uns. Mach ein Lied mit uns. Und setz dich einfach drauf. Sing ein Lied mit uns. Sing ein Lied mit uns. Wir wollen lustig sein. Sing ein Lied mit uns. Lang auch so schön sein. Sing ein Lied mit uns. Sing ein Lied mit uns. Sing ein Lied mit uns. Die ganze Lied mit uns. Wenn du zum Aphmau anるseste. Und natürlich darfst du mit uns wiederafar. Rumorstern.